Heute ist Samstag, der 24. Februar 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute zum Samstag habe ich wieder ein Kinder-Joy-Ei für euch aus der aktuellen Kollektion. Dabei wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß und natürlich auch einen guten Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns morgen am Sonntag natürlich hier schon wieder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, ihr Lieben.